Auch Kopfball kann man üben. Das kann man im Stand üben. Kopfball wird immer vernachlässigt in dem Verein. Es ist aber auch klar, dass man nicht die Zeit dazu hat. Seid mir nicht böse, aber wenn ich Jugenspiele gucke, das Kopfballspiel ist eigentlich sehr schlecht ausgeprägt. Aber ich verstehe die Trainer, die setzen natürlich Priorität. Und ich kann natürlich das Kopfball muss ich über eine beprägende Zeit auch trainieren und übeln. Aber ihr könnt es jetzt daheim gut dazu nutzen. Nehmt den Ball, der nicht so hart ist, kommt für den Nacken, guckt da oben. Und dann immer schön verspunnen. War jetzt nicht zu viel, aber so fängt man an. Dann guck mal an. Ah? Das war's.